Ich bin eine super Frau. Ich bin eine starke Frau. Ich bin mutig und kämpferisch. Ich bin eine Persönlichkeit. Von alleine kommt nichts. Wie viele Jahre habe ich gekämpft, um zu sein. Ich bin zufrieden. Ich lebe damit und ich arbeite damit. Ich habe natürlich meine Macken. Das muss man absitieren. Das ist der Punkt. Und ich arbeite für mich selber. Das ist mein Leben. Pippi Landstrumpf ist nicht immer vorbildlich. Die macht immer so undichte Sachen. Die legt sich mit den Füßen aufs Kopfkissen, isst schweinig am Tisch. Sie macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Pippi ist eine starke Frau. Perfekt kann man nicht sein. Meine Mama sagt das immer. Niemand kann perfekt sein. Meine Schwester sagt, du bist, ich sag's, die schlechte Frau, die es gibt. Du musst dich nicht beeinflussen lassen. Geh auf dich ein. Das ist wichtig. Ich will, dass man die Zukunft anguckt und sagt, hey du, du bist eine starke kämpfrische Frau. Du brauchst nur Mut zu haben. Und sagt, hey, schlag ein. Du bist cool. Das ist die Beste aller Wälder.